Yo, was geht ab Leute, euer Frapses hier, heute mit dem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den neuen Gegenstandshop vom 14.09.2020. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da reinkommen wird. Ihr könnt gerne meinen Partner Pico Quiz abchecken für den Bangra Boogia-Mod, wäre auf jeden Fall mega korrekt. Und ein paar Leute haben mich gefragt, warum wir ein Jahr auf diese Skins gewartet haben. Freunde, das ist die Kooperation zwischen Battle Breakers und Fortnite. Nun gut, was kommt heute in den Shop? Und wir haben, soweit ich sehen kann, keine neue Sache am Start. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns das Ganze am besten einfach mal an. Dazu muss ich noch sagen, Freunde, gestern waren wirklich enorm viele Items im Shop gewesen. Also das war nicht mehr normal, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall gab es auch außerdem einen Bug. Und zwar wird Razer hier als grüner Skin angezeigt, obwohl es ein blauer Skin ist. Also nur damit ihr Bescheid wisst. Bin jetzt vielleicht etwas zu spät mit der Information dran. Ist mir gestern nicht aufgefallen, aber jetzt weiß ich es. Dann würde ich jetzt sagen, Freunde, dass wir hier auf die rechte Seite kommen und uns dort dann nochmal umsehen. Wir haben hier Fate für 2000 V-Bucks am Start. War zuletzt vor 68 Tagen drin gewesen und 19 Mal im Shop. Dann gehen wir weiter und zwar zu Vollab Lachen. War zuletzt vor 23 Tagen drin gewesen und 27 Mal im Shop. Dann, Freunde, haben wir hier Schlendern, 500 V-Bucks. Zuletzt vor 50 Tagen drin gewesen und 5 Mal im Shop. Dann haben wir hier die Freche Wurst für 1200 V-Bucks. Zuletzt vor einem Monat drin gewesen und 11 Mal im Shop. Dann haben wir hier Shaolin-Zitup für 200 V-Bucks zuletzt vor einem Monat drin gewesen und 16 Mal im Shop. Dann, Freunde, haben wir hier heute eine neue Lackierung, Knet-Animation. Sieht ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht aus. Coole Idee hier mit diesen Farbklecksern oder das soll ja Knete darstellen. Deswegen ist es eine geile Sache, kann man auf jeden Fall machen. Kommen wir nun zu der linken Seite und schauen uns hier dann nochmal um, was wir hier haben. Also ist auf jeden Fall gut durchgemischt, würde ich sagen. Waren wir mit Wukong und Panda an plus Jingu Bang als Spitzhacke. Alles zuletzt vor 35 Tagen drin gewesen. Von dem Paket würde ich jetzt nichts nehmen an eurer Stelle. Dann haben wir hier Farbenflieger, Farbensternchen und die Strandbomberin. Alles, Freunde, war zuletzt vor 31 Tagen drin gewesen und 11 Mal im Shop. Dann gehen wir rüber hier in die Mitte. Wir haben hier die Snacks mit Donuts oben drauf und Relaxfit Jonesy. Finde ich auf jeden Fall richtig nice. Kann man auf jeden Fall machen. Zuletzt vor 36 Tagen drin gewesen und 4 Mal im Shop. Dann, Freunde, switchen wir auf jeden Fall gerne in den Rettet die Welt Modus und schauen uns das Ganze mal an. Dann kommen wir zum Lama Shop. Was haben wir im Lama Shop? Das Fernkampf-Waffen-Lama für 200 V-Bucks lohnt sich jetzt in dem Fall nicht. Hier ist weiterhin alles gleich geblieben und das, meine Freunde, soll es auf jeden Fall soweit mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen, nicht vergessen, Abonnieren nicht vergessen. Ich bin raus, wir hören uns im nächsten Video. Auch rein, geht um das Wort, euer Fraps und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.